Guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei time2do.ch. Heute haben wir uns am Mittag etwas im Gesundheitszentrum in Bichwil umgeschaut, teilweise Bekannte, teilweise neue Gesichter kennengelernt und wir wollen heute noch mal dem Geheimnis des Time Wafers auf die Spur gehen. Links von mir Dr. Manfred Döb, ein bekanntes Gesicht für unsere Zuschauer. Er ist mit dem Gesundheitszentrum in Bichwil verheiratet und verschwägert. So kann man es sagen, oder? Ja, durchaus. Dann habe ich noch zwei Gäste, einmal den Dieter Wein und die Alexandra Wurlitzer. Ihr seid auch Time Wafer-Urgestirn. Ja, kann man auch so sagen. Also mittlerweile seit 2010. 2010 glaube ich, ja. Genau, kennen wir die Systeme und freuen uns dran und kennen eigentlich bis dato nichts Besseres. Ja, liebe Zuschauer, jetzt könnte ich sagen, das wäre es schon gewesen bei dem Bericht. Sie haben gehört, es ist wunderbar, es gibt nichts Besseres, also gehen Sie nach Bichwil und dann erfahren Sie alles Weitere. Nein, nein, so einfach wollen wir es uns natürlich nicht machen. Wir wollen Ihnen heute schon ein paar Hintergründe definieren, was ist denn überhaupt damit gemeint. Da fange ich gerade mal beim Dr. Manfred Döb an, um ihn mal zu fragen, Time Wafer. Was muss ich mir darunter vorstellen, was muss ich der Zuschauer darunter vorstellen? Der Time Wafer heißt so, weil er auf der Zeitwelle surft. Die Zeitwelle ist die vierte Dimension, also drei Dimensionen sind die Materie, die Zeit die vierte Dimension und der Time Wafer übersteigt die vierte Dimension. Er arbeitet auf den Dimensionen fünf und sechs, also Energie und Information, sogar bis sieben Bewusstsein. Damit ist schon gesagt, dass der Time Wafer auf der Ebene der Materie gleich symptomverhaftete Medizin eher etwas schwach ist. Aber je mehr wir höher steigen auf die Ursachenebene, die Ursachen sitzen im Körper, in der Tiefe, aber von den Dimensionen her gehen sie nach oben. Also von den Ursachen her ist der Time Wafer stark. Er kann sogar bis hin zur spirituellen Grundhaltung oder den spirituellen Fehlern des Patienten gehen, wenn man möchte. Aber primär mal geht es darum, dass der Time Wafer ganzheitlich ist, dass er nicht auf der Oberfläche arbeitet, sondern die Verursachungskette, das Verursachungsnetzwerk einer Krankheit feststellen und dann auch behandeln kann. Jetzt sitze ich da und habe das gehört, vierte und fünfte Dimension und was der alles macht, viel klauer bin ich jetzt nicht geworden. Das heißt, er macht irgendwas, aber die Frage ist denn, was macht er? Spüre ich das, was er macht, körperlich? Beim Time Wafer Frequency, das ist ein Frequenztherapiegerät, spüre ich, wenn ich die Elektroden in die Hand nehme, ein deutliches Bitzeln. Die Stromimpulse, die zur Therapie dienen, spüre ich. Im Übrigen aber arbeitet der Time Wafer mittels Wellen, Feldern und Quanten. Und die spüre ich allenfalls, wenn ich sehr sensitiv bin. Aber ein normaler Mensch spürt sie nicht. Okay, okay. Das heißt, wir sind da auf der Frequenzebene. Kann man sagen, dass das im weitesten Sinne was mit Energiemedizin zu tun hat? Sicherlich. Also die Energie des elektrischen Stromes wird zur Therapie verwendet. Im Übrigen aber benutzen wir zur Diagnostik die Energie gleich Elektronen und Photonen. Das ist dann noch eine Stufe höher. Also Elektronen und Photonen gehören im weiteren Sinne zur Energiemedizin. Und damit diagnostizieren wir. Jetzt gibt es ja, nehme ich jetzt einfach mal ganz was triviales, eine Allergie. Ich habe jetzt Heuschnupfen. Und dieser Heuschnupfen wird auf verschiedene Methoden versucht in den Griff zu kriegen. Die Schulmedizin weiß was, die Alternativmedizin weiß was. Alle haben irgendwelche Mittel. Könnte mit einem System wie dem Time Wafer mir da Linderung verschafft werden oder mein Wohlbefinden gesteigert werden? Das kann eigentlich die gesamte Alternativmedizin, dass die Symptomatik verbessert werden kann. Sogar die Homöopathie kann das durchaus. Aber was der Time Waver anstrebt, ist ja, warum ist mein Immunsystem, mein Thymus auf Abwägen? Warum hält mein Thymus Pollen, die ungefährlich sind, für gefährlich? Das heißt, das Immunsystem muss ja irgendwie auf Abwege gebracht worden sein. Und zu dem Zweck untersuchen wir dann eben den Thymus, wir untersuchen das Lymphsystem, wir untersuchen die Schleimhäute, wir schauen, welche Erreger sind im Körper. Und hinter einer Heuschnupfenallergie steckt meistens ein übles Milieu im Dünndarm, also die falschen Bakterien im Dünndarm, stattdessen Pilze, Candida Aspergillus-Pilze und im Dickdarm Parasiten. Mit Parasiten und Würmern geht ein Heuschnupfen normalerweise einher. Und wenn ich auf die Ursachenebene gehen will, sollte ich nicht die Symptome verdrängen, dass es mir etwas besser geht. Ich sollte die diagnostizieren, welche Erreger machen das Immunsystem verrückt und wie kann ich die Erreger beseitigen. Jetzt dachte ich mit meiner Frage am Heuschnupfen, ich habe jetzt da was ganz Einfaches. Wieder musste ich erfahren, dass der Heuschnupfen gar nicht der Heuschnupfen ist, sondern was haben wir gehört, Magen-Darm irgendwo eine Problematik liegt, die letztendlich damit Verursacher ist. Jetzt bin ich ja immer noch nicht bei dem Zielpunkt angelangt. Kann ich dann, bei der normalen Behandlung gehe ich zum Arzt, dann verschreibt der mir entweder irgendeinen Nasenspray oder irgendeine Pille, also irgendwas inhalieren, was weiß ich und immer die Nase zuhalten, dass es nicht juckt, um das in den Griff zu kriegen. Jetzt haben wir eben gehört, der Timewaver ist ein System, das über Frequenzen arbeitet, über Energie, Frequenz, Schwingungen, Quanten. Kann ich jetzt mit so einem Gerät da anfangen, eine Besserung möglich zu machen, sage ich mal? Natürlich, wir können auf der Symptomebene arbeiten und das Immunsystem harmonisieren. Und wir können schauen, welche Bakterien fehlen dem Patienten im Darm und welche Erreger hat er im Darm, die da nicht hingehören. Und weshalb hat er Pilze im Darm? Ist er zu viel Zucker? Hat er Schwermetalle im Mund? Denn die Pilze leben von Quecksilber, mal wieder, das alte Thema. Also muss ich schauen, wie kann ich den Pilzen ihre Lebensgrundlage entziehen? Und wenn es um Parasiten geht, kann ich schauen, welche Typen sind es? Und dann kann ich entweder etwas Chemisches einsetzen, also entwurmen, wie man es bei Katzen und Hunden tut. Oder ich kann direkt mit dem Timewaver Frequency versuchen, diese Parasiten zu töten. Jetzt bin ich der Sache ein bisschen näher gekommen. Frequency war da auch noch so ein Zauberwort drin. Muss ich, um mich behandeln zu lassen, hier zu dir kommen nach Bichwil? Das erste Mal wahrscheinlich schon. Das erste Mal ist es besser, man kommt her. Und man kann ja Elektroden auch nur in die Hand nehmen, wenn man da ist. Das heißt, die Therapie mit dem zweiten Gerät namens Timewaver Frequency verlangt die Anwesenheit des Patienten. Das erste Gerät, es heißt Timewaver MED, kann aber auch über Distanzen hinweg diagnostizieren und ganz sanft therapieren. Das heißt Fernbehandlung. Wir brauchen von dem Patienten dann auf jeden Fall alle Daten. Wir brauchen ein Foto, damit die Identifikation unzweideutig ist. Und dann können wir die Informationsfelder, die der Patient im Laufe seines Lebens entwickelt hat, abfragen, welche Abweichungen von der Blaupause sind vorhanden. Die Blaupause ist das Programm, mit dem wir gesund auf die Erde gekommen sind. Also unser Ursystem. Ursystem, genau so. Und im Laufe des Lebens, wenn sich Krankheiten entwickeln, kommen immer mehr Abweichungen von der Blaupause zustande. Und wir können diese Abweichungen benutzen zur Diagnostik und können dann in der Fernbehandlungstherapie, die jetzt über Quantenteleportation abläuft, das ist zwar ein komisches Wort, aber es ist ein Faktum heutzutage, es ist nicht Hokus Pokus, es ist ein physikalisches Faktum, können wir sanft eine Fernbehandlung durchführen. Damit kriege ich zwar nicht in kurzer Zeit einen Erfolg, aber längerfristig auf jeden Fall auch. Das Zusammenspiel mit der einmal Anwesenheit, dann der Analyse, dann der Einstellen, diese Frequenz wird der Person oder dem Patienten irgendwie zugeteilt, habe ich das so richtig verstanden, weil du ihn genau identifizieren musst. Und dann geht es auch über die Ferne, das heißt, der Patient kann in New York sitzen, war einmal bei dir, hat sich da komplett einstellen lassen und die Frequenzen, klar, überträgt man rund um den Globus, wird die Frequenz dann breit ausgestrahlt, überstrahlt die alle Menschen oder wird die zielgerichtet zu dem Individuum geleitet, was sie braucht? Natürlich zielgerichtet, das kann ja sogar ein Handy. Wenn ich mit meinem Handy in den australischen Busch gehe und hier ruft jemand mein Handy an, nach zwei Sekunden klingelt im australischen Busch mein Handy und kein anderes. Und das können wir auch, das ist heutzutage gar kein Problem mehr. Hat der Mensch so eine Erkennung wie ein Mobilfunkgerät, so eine E-Mail-Nummer? Nein, er ist gekennzeichnet durch alle seine Daten, Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort und sein Foto. Damit ist er unverwechselbar identifiziert. Und dann werden diese ganzen Übertragungen vorgenommen in einem gewissen Rhythmus. Muss ich da mich ruhig dabei verhalten? Kann das während dem Autofahren passieren oder während ich in meinem Büro an meinem Schreibtisch sitze? Oder muss ich mich zur Zeit dann dieser Behandlung, nenne ich es mal, irgendwie an einem ruhigen Ort befinden? Nein, der Empfänger ist ja das Unterbewusstsein. Das heißt, oberbewusst merke ich ja nichts davon. Sondern mein limbisches System inklusive Amygdala, Thalamus und Hypothalamus sind die Empfänger. Und wenn etwas unterbewusst abläuft, kann ich oberbewusst vollkommen normal leben in dieser Zeit. Das stört sich überhaupt nicht. Der Vorteil des Unterbewusstseins ist, dass es eine millionenfach höhere Kapazität hat als das Oberbewusstsein. Auch der Durchlauf an Informationen über die Zeit ist beim Unterbewusstsein millionenfach höher. Ich kann also beliebig viele Frequenzmuster, die dann zum Beispiel Heilmitteln entsprechen, zusenden. Das Unterbewusstsein verkraftet die problemlos und ich merke oberbewusst nichts davon. Also für mich ganz faszinierend, dass ich gar nicht mehr hier mit der Materie anfangen muss. Wie viele Menschen sind denn bisher schon in den Genuss dieses Time-Wafer-Systems bei euch hier gekommen? Hier im Haus so 1800 etwa. Und wir haben ja fünf Computer mit fünf Time-Wafer-Hardware-Geräten, die Tag und Nacht nichts anderes tun als Fernbehandlungen aus Senden. Und wir kriegen ja immer wieder Rückmeldungen von den Patienten oder Kunden oder Klienten. Man muss ja vorsichtig sein heutzutage mit seinen Worten. Die Rückmeldungen sind durchweg phänomenal. Wir merken es bei Akutfällen. Eine Frühgeburt, ein Kind, das eigentlich sterben müsste, es hat keine Voraussetzungen zum Leben, es hat eine Infektion, atmet nicht und und und. Wir behandeln es alle vier Minuten über zwei Tage und es ist wieder fit. Es ist schon faszinierend. Erstmal danke Manfred, ich komme gleich nochmal zurück. Jetzt möchte ich mich mal hier rumwenden zu meiner Rechten. Da sitzt die Alexandra und der Dieter. Wie seid ihr zu dem Thema Time-Wafer gekommen? Was habt ihr mit dem Thema Time-Wafer zu tun? Wir wissen ja hier, der Herr Doktor, der wendet es an. Was macht ihr denn damit? Das war eher zufällig, als wir darauf gestoßen sind, auf den Time-Wafer. Und wir wollten damit ein anderes System unterstützen. Wir fanden das sehr geeignet dafür, eben auf dieser Informationsfeldebene damit zu arbeiten, um ein anderes energetisches System zu unterstützen. Und das hat uns dafür begeistert und dann hat sich das selbst so entwickelt, dass wir immer mehr hineingewachsen sind, immer mehr Menschen dafür begeistern konnten. Und uns da auch selbst immer mehr damit beschäftigt haben. Und ich benutze den Time-Wafer auch für mich selbst. Ich bin Heuschnupfen geplagt. Ich wollte nur vorhin nicht mich einmischen. Ich werde es jetzt noch für mich vertiefen, so wie es Manfred jetzt gerade noch vorgeschlagen hat. Aber ich benutze jetzt den Time-Wafer MED, also auf der Informationsfeldebene, also auf der nicht sichtbaren und ohne Elektroden, benutze ich den Time-Wafer zur Balance. Und sobald ich meine Balancierung mit dem Time-Wafer gestartet habe, die dann auch in regelmäßigen Abständen übers Informationsfeld appliziert wird, spüre ich spätestens nach einer halben Stunde, Stunde die Wirksamkeit. Also ich bin dann symptomfrei. Und das begeistert mich immer wieder. Und ich verwende das natürlich auch für viele andere Menschen, die ich kennenlerne und die sich fragend an mich wenden, was kann ich denn bei meinem Heuschnupfen tun. Und das funktioniert witzigerweise überall. Also witzigerweise eigentlich nicht, weil es eigentlich ganz klar ist, ganz logisch ist. Muss man da nicht immer so bei Adam und Eva anfangen? Weil, also ich meine, ich kenne jetzt den Manfred Döb und die ganzen anderen Menschen hier in Bichwil schon eine Weile. Und dann kriegt man natürlich ein vertrauliches Verhältnis und man geht ein bisschen hinein. Aber wenn jetzt einer einfach auf mich zugekommen wäre und hätte gesagt, du, kein Problem, hier tun wir dich einmal durchmessen und jetzt gehst du heim. Und alles andere macht die Maschine hier automatisch über Nacht. Wäre ich schon etwas zu den Ungläubigen geworden? Weil es ist für mich einfach, wer aus dem normalen Leben kommt, der weiß, wenn du krank bist, dann musst du zum Doktor gehen. Wenn wir ein bisschen weiter sind, okay, da muss noch eine Ursache dahinter sein. Wenn mir das Knie schmerzt, ist das nicht das Knieproblem, sondern irgendwas, was dahinter liegt. Und so weit sind wir auch schon. Jetzt geht es aber so weit, dass ich ja, wie merke ich denn auch, welche Ursache ich habe an der Krankheit? Und dieser Hintergrund, wir reden ja auch von den Ursachen. Tut ihr da mit den Leuten auch viel reden und denen erklären, wo der Hintergrund liegt? Weil wir wissen ja, Krankheit allein wegmachen hat nicht oft den dauerhaften Erfolg. Die kommt dann irgendwann wieder, wenn man nicht auf die Ursache gegangen ist. Wie löst ihr das dann? Also es ist so, dass wir, also ich zusammen mit Dieter Weiner, der dann auch noch zur Sprache kommt, bin schon seit über 20, 24 Jahre arbeiten wir jetzt schon zusammen und wir beschäftigen uns seitdem oder ich mich seitdem mit dem Thema Mensch und habe in all den Jahren einfach immer auch sehr viel dazugelernt, was hinter einer Krankheit steht, auf psychologischer Ebene, auf seelischer Ebene. Und Time Waver war eine schöne Unterstützung auch in dieser Arbeit, dass man nicht nur intuitiv dann vor jemandem sitzt und ihm sagt, du könntest es nicht sein oder ich vermute, dass das mit diesem und jenem Thema zusammenhängt, was dich hier plagt, sondern der Time Waver bringt das dann auch noch, also schwarz auf weiß, auf Papier zum Ausdruck, was letztendlich an Zusammenhang mit dem, was sich hier auf körperlicher Ebene äußert, was es hier damit zu tun hat. Und natürlich, weil es nicht ausreicht, jetzt hier irgendwo ein Pflaster drauf zu kleben und dann ist das Ganze wieder heil, ist man natürlich wirklich gezwungen, mit demjenigen, der betroffen ist, sich zu unterhalten und ihn dazu zu bewegen, dass er selber sein Bewusstsein verändert, öffnet für ein Thema, mit dem er in Konflikt ist. Das ist ja eigentlich die Problematik. Genau, er hat ein unnatürliches Bewusstsein zu einer bestimmten Thematik. Und das versuchen wir natürlich, soweit derjenige zugänglich ist, zu klären. Und die Zugänglichkeit desjenigen fördert natürlich letztendlich dann auch das, was der Time Waver versucht zu balancieren auf der Informationsfeld-Ebene, dass sich das im Körper dann auch umsetzen darf. Dieter, je mehr ich hier frage, desto verwirrter werde ich. Jetzt weiß ich, es ist ein System, was mit Frequenzen arbeitet. Es hat schon auch eine längere Geschichte, es gibt es nicht erst seit gestern. Dieses System, wie bist du denn zu diesem System gekommen? Ja, eigentlich, wie Alexander das gesagt hat, machen wir wie die Jungfrau zum Kind. Man steht plötzlich vor einem Gerät, hat eine Problematik und da ist jemand, der sich da auskennt und der zeigt einem das und man schildert ihm die Problematik und plötzlich sagt er einem fünf Minuten später die Lösung. Und sie steht auf einem Laptop. Das heißt, du bist eigentlich als Patient zu diesem Gerät gekommen? Nein, Patient kann man nicht sagen, das war nicht im Sinne einer Therapie, sondern einfach, ich habe jemanden über die Schulter geschaut, der das demonstriert hat. Und das tun wir in aller Regel auch. Wir sind ja keine Therapeuten, sondern wir bilden unsere Time Waver-Anwender aus am Gerät und versuchen ihnen zu vermitteln, wie das Gerät funktioniert, welche Datenbanken wir zur Verfügung haben, welche Informationen in den Datenbanken stecken, wo man was findet und was man nach Möglichkeit wählt, um einer entsprechenden Ursache auf den Grund zu kommen. Und das kann ja unterschiedlicher Art sein. Das können ganz einfache Dinge sein, pränatale Muster beispielsweise. Das können aber auch Kindheitsmuster natürlich dann nachgeburtlich sein, in irgendeiner Form. Aber das kann auch einfach ein Ärger sein, den man letzte Woche mit seinem Chef gehabt hat. Eine psychologische Verstimmung, eine emotionale Verstimmung. Ja gut, aber ich meine, das kriege ich da auch im Griff ohne Time Waver. Also wenn ich mal Zoff habe mit Partnerin oder mit Chef oder mit Bruder oder Schwester oder was es alles für Möglichkeiten gibt, sollten wir Menschen ja in der Lage sein, auch ohne Time Waver unsere Konflikte in den Griff zu kriegen. In aller Regel ja, die Problematik liegt oft darin, dass solche Dinge oft Kettenreaktionen sind, die dann irgendwo im letzten Kettenkrieg in einer Geschichte enden, die wir letzte Woche erlebt haben. Aber die wahre Ursache liegt dann unter Umständen viele, viele Jahre zurück. Das heißt, das vordergründig, was man sieht, was im Moment so zum Ausdruck kommt, muss nicht unbedingt die Ursache sein dessen, an was der Gegenüber, der Klient oder so leidet. So ist es. Genauso wie eine Kette, so kann man sich das vorstellen. Viele Dinge geschehen ganz einfach aufgrund einer Ursache, einer Problematik, die irgendwann mal in der Kindheit geschehen ist. Und dann verziehen sich Situationen wie Kettenglieder. Die reihen sich aneinander, bis wir irgendwann mal bewusst darauf aufmerksam werden und uns auch bewusst entscheiden, die Dinge aufzulösen. Wie viele dieser Geräte gibt es jetzt so in Deutschland, Österreich, Schweiz? Wie viele sind da verfügbar schon? Also es gibt insgesamt etwa 1.000 Time Waver-Anwender. Wir betreuen ungefähr 300 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da ist eure Aufgabe, die Menschen bei der Anwendung zu schulen. Und gibt es da auch Neuentwicklungen, die man wieder beibringen muss? Wird das Gerät auch weiterentwickelt? Ja, zweiteilige Frage. Erste Ding, wir sind zuständig für den Vertrieb. Wenn also jemand beispielsweise Interesse an so einem Gerät hat, und es werden ja jeden Tag immer wieder mehr auf den unterschiedlichsten Bereichen, da werden wir ja noch drüber sprechen. Und wenn dann jemand kommt, der wird natürlich ausführlich von uns beraten. Wir werden gucken, für was braucht er das Gerät und sehen dann, dass wir ihm ein maßgeschneidertes System präsentieren können. Wer das Gerät hat, muss er natürlich eingeschult werden. Das ist bei uns über zwei Tage der Fall. In etwa 15 bis 20 Stunden schulen wir die Anwender anfangs ein, also es ist eine Ersteinschulung. Und danach gibt es natürlich bestimmte Schulungen, Ausbildungen in ganz spezifischen Richtungen. Je nachdem, wo sich jemand hin entwickeln will. Ein Arzt hat ganz andere Überlegungen, ganz andere Ziele, beispielsweise wie ein Unternehmensberater oder ein Unternehmer oder wer auch immer. Er hat sich immer schlauer hier. Ich merke das nach, wenn die Stunde um ist, liebe Zuschauer, dann wissen wir genau, wozu das denn gut ist. Unternehmensberater. Was macht ein Unternehmensberater immer mit Heimwäfer? Na, im Prinzip ist es ja so, Manfred hat ja gerade etwas von Informationsfeldern erzählt. Und Informationsfelder, alles was lebt, hat ein Informationsfeld. Und demzufolge ist natürlich auch ein Unternehmen, hat Menschen. Und diese Menschen bewirken insgesamt ein Informationsfeld. Und so kann man natürlich auch ein Informationsfeld eines Unternehmens analysieren. Aha, dann geht es auch so in das ganze Schwingungsthema, wie harmonisieren die Mitarbeiter miteinander? Kann ich über den Time-Wafer feststellen, wie dynamisch das Ganze ist, wie das Ganze nach vorne marschiert? Genau, wo auch Konfliktpotenziale sind beispielsweise, wo disharmonische Energien vorherrschen, aber auch beispielsweise das Gebäude. Ist das Gebäude eigentlich in sich harmonisch? Haben wir eventuell Störungen, Erdstörungen, Verwerfungen? Haben wir irgendwelche Strahlen, die in irgendeiner Form störend wirken? Die Corporate Identity kann man auch untersuchen. Also das Image, aber den Inhalt des Image. Ich kann im Prinzip mich abstimmen, wenn wir jetzt hier mal das Gesundheitszentrum nehmen, könnte man mit dem System schauen, ob dieses Ganze, diese Darstellung nach außen, du hast vorhin das Wort CI gesagt, Corporate Identity, wie stellt sich ein Unternehmen nach außen dar, wie wird es wahrgenommen? Das kann ich auch mittels dem Time-Wafer überprüfen? Ja, in der Tat, aber auch, was steckt dahinter? Nicht nur die Fassade, sondern wie ist die Ausstrahlung und die Harmonie im Betrieb unter allen Mitarbeitern? Also spannende Geschichte. Das bedeutet nicht nur im medizinischen Bereich einsetzbar, so habe ich es ja kennengelernt durch die vorhergehenden Gespräche schon mit dem Dr. Manfred Döb und mit den Leuten hier von Bichwil. Und jetzt gibt es noch ein ganz anderer Bereich, der hineingeht in die, wie soll ich denn sagen, in die sensitiven Dinge, die so ein Unternehmen in sich hat. Ein Corporate Identity ist ja meistens nur ein gefühlter Ausdruck. Der eine sagt, die rote Farbe finde ich gut und die große Schrift, und der andere sagt, ja, und die Musik dahinter, der Dritte will das. Kann ich auch da durch einen Time-Waver beratet werden? Geht das auch andersrum? Wenn ich es noch nicht habe und sage, wir wollen einen neuen Ausdruck uns machen, kann mir da das System auch helfen? Frage ich dich mal, Alexandra. Ja, auf jeden Fall, also in jeder Hinsicht. Und weil du sagst, du hast es vorher immer nur im Zusammenhang mit dem menschlichen Körper kennengelernt oder davon gewusst. Ein Unternehmen ist ja auch nichts anderes als ein Körper, letztendlich ein Organismus mit vielen Zellen, mit vielen Mitarbeitern. Und die Zellen sind dann in dem Fall eben die Mitarbeiter. Und so muss da auch das Zusammenspiel gut funktionieren, um die Gesundheit des Unternehmens zu gewährleisten. Und auch ein Haus und ein Gebäude ist ein Körper für sich. Ein Grundstück ist ein Körper für sich. Eine Idee, eine Vision, ein geschäftliches Vorhaben ist ein Körper an sich, den ich analysieren kann und auch balancieren kann. Also heißt das, ich hätte hier ein System, wo ich alle Vorhaben, wir haben gerade so ein paar Beispiele, Grundstück, Haus bauen, Familie gründen, Unternehmen gründen, umändern, was auch ich, neu titulieren, ein neues CI verschaffen. All diese Dinge, da kann ich mich auf die Hilfe des Time Wafers verlassen. Unter anderem auf das vollkommen und darüber hinaus noch viel mehr. Herr Zuschauer, wird immer spannender, dieses Thema eines Systems, was in so hohen Frequenzen, was in Quanten, wenn wir uns Quanten mal vorstellen, da sehen Nanoteilchen wie Felsen aus, da sind wir in einem Bereich, der viel, viel kleiner ist und weit über unser Vorstellungsvermögen hinausgeht. Wir versuchen gleich nach der folgenden Werbepause, Sie in der zweiten halben Stunde noch dieser Systematik und für was sie alles einsetzbar ist, näher zu bringen. Bis gleich nach der Werbung. Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen. Die Macht der Intuition. Du bist Schauspieler, bist jetzt viel besser als ich in diesem Segen. Ja, ich bin nicht besser. Die Jahrhundertlüge. Das Geheimnis um John F. Kennedys Ermordung. Der mysteriöse Tod des Uwe Barsche. Ich habe das Buch angefangen zu lesen und nicht mehr weggelegt. Erkennen, Erwachen, Beändern. Wir sind wieder zurück nach der kurzen Werbeunterbrechung. Hier im wunderschönen Gesundheitszentrum in Bichwil bei mir im Gespräch Dr. Manfred Döb zu meiner Linken und zu meiner Rechten Alexandra Wurlitzer, das war es, die tolle Musikbox, die Alexandra Wurlitzer und der Dieter Weiner. Wir wollen noch mal nachfragen. Vor der Pause haben wir über die ganzen Möglichkeiten gesprochen, die der TimeWaver uns bietet. Wir haben bisher gehört, natürlich im Bereich der Gesundheit einsetzbar. Wir haben gehört auch Unternehmen, Unternehmens-CI und so weiter. Diese Dinge kann man damit beleuchten. Jetzt fragen wir mal den Dieter, was gibt es denn noch für Einsatzbereiche des TimeWafers oder wozu wird er eingesetzt? Also ich habe bis dato noch keinen Bereich kennengelernt, wo man ihn nicht einsetzen kann. Und wir sind jeden Tag immer wieder überrascht, was für Möglichkeiten es gibt und was unseren Anwendern draußen einfällt. Wir haben beispielsweise einen Lehrer, der hat einen TimeWaver sich nur deshalb zugelegt, um seine in den Leistungen schwachen Schüler zu unterstützen. Das tut er natürlich in Absprache mit den Eltern. Und er teilt uns mit, er sagt uns das, dass seit dieser Zeit sein Notendurchschnitt erheblich angestiegen ist. Dass er den Schülern auf die Art und Weise helfen kann, dass er sie psychisch stabilisieren kann und so weiter. Das heißt, er tut ihnen mit den Frequenzen nicht das Wissen übermitteln. Das wäre natürlich einfach. Dann brauchst du nicht lange lernen, wird auf den Knopf gedrückt, das große Einmaleins, das kleine Einmaleins, alles hintereinander nach, alles drin, so geht es wahrscheinlich nicht. Das wäre zu einfach. Auch wenn Disharmonien sind, in der Klasse beispielsweise, wenn jemand gemobbt wird und so weiter, hat man die Möglichkeit mit TimeWaver harmonisch einzuwirken. Aber immer nur in Rücksprache natürlich mit den entsprechenden Beteiligten, mit den Eltern in dem Fall. Auf der anderen Seite haben wir einen Landwirt beispielsweise, der hat seine 152 Kühe in den TimeWaver eingegeben. Und seitdem er das getan hat, berichtet er uns davon, dass die Sterblichkeitsquote bei den Kälbern erheblich zurückgegangen ist. Beispielsweise, dass er tiefere Tierarztkosten hat. Der Futtermittelverbrauch ist gesunken. Die Keimzahl in der Milch hat sich fast halbiert und die Milchproduktion hat sich um 80 Prozent gesteigert. Das ist für mich immer wieder unbeschreiblich, wenn ich so etwas höre. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit der TimeWaver jetzt da im Einzelnen Einfluss darauf nimmt, aber er sagt eben, seitdem er seine Kühe im TimeWaver hat, hat er eben hier diese Ergebnisse. Und das freut uns natürlich. Und selbst wenn wir nur ein bisschen mitwirken können und so einen kleinen Teil dazu beitragen, dann ist es schon ganz großartig. Also er hat nichts anderes gemacht zu der Zeit, außer den TimeWaver zusätzlich angewendet zu den Thematiken, die er normal macht. Wissen wir irgendwas? Das wäre mal interessant, mit dem zu sprechen, wie andere Dinge in der Verwendung vielleicht hoch oder runter gegangen sind. Zusätzlich wurde das Gebäude noch harmonisiert, natürlich dementsprechend. Und das aber auch mit TimeWaver und mit einigen anderen Hilfsmitteln noch von der Vostag in Bichwil. Also im Zusammenspiel des Ganzen hat das wunderbar funktioniert. Jetzt sind die Kühe glücklich, der Bauer ist glücklich und die Milch ist hoffentlich gesund. Und wir hoffen es mal, wir hoffen es mal. Also wir haben die Einsatzmöglichkeit jetzt Unternehmen, Gesundheitsbereich allgemein, wir haben auch Landwirtschaft, wir haben den Bereich Schule gesehen. Bevor ich jetzt in eine andere Frage gehe, gibt es noch etwas? Ja, Lebensberatung ganz allgemein, beispielsweise Gesundheitsberater oder eben beispielsweise auch Architekten, die Häuser in den TimeWaver eingeben, Baubiologen, Geopathen, alles was mit Natur zu tun hat, Landschaftsgärtner, die dementsprechend ihre Gartenanlagen eingegeben haben, Gärtnereien. Ich könnte unendlich weiter aufzählen, wie viele Berufe wir in unseren Anwenderkreisen haben. Das ist für mich immer wieder erstaunlich, wenn wir die Ergebnisse hören, die sie uns dann berichten, bei den Anwendern treffen. Ja, wenn du das erste Mal das hörst und außen vorsitzt, dann kannst du dir gar nicht vorstellen, wie etwas funktionieren kann. Aber es sind genau die Dinge, die wir nicht sehen können und nicht hören, die oftmals eine ganz fatale Wirkung haben. Schauen wir die andere Seite an bei Radioaktivität. Sehen Sie nicht, hören Sie nicht, aber ich möchte nicht, dass Sie in der Gegend sind, weil dann geht es Ihnen irgendwann gar nicht mehr gut. Und jetzt gibt es das Ganze auch andersrum. Das heißt, Frequenzen können so moduliert werden, dass Sie genau das machen, was man von Ihnen erwartet. Jetzt gehe ich nochmal zurück zum Dr. Manfred Döb. Jetzt gucke ich. Kann ich noch ein Beispiel erzählen? Es gibt das Peer Project in Princeton in den USA, die permanent mit 84 Rauschgeneratoren das Bewusstsein der Menschheit überprüfen, weltweit. Die schalten Sie zusammen und sobald die Menschheit auf ein Ereignis emotional stark reagiert, kriegt man einen Ausschlag. Also 9-11, typisches Beispiel, oder Tod von Prinzessin Diana, Tod von der Mutter Teresa. Da hat die ganze Menschheit emotional mitgelebt und das kann man erkennen. Jetzt haben einige hundert Time-Braver-Anwender am 1. Dezember 2013 und am 1. März 2014 sich zusammengeschaltet und haben das Bewusstsein der Menschheit versucht, zunächst einmal anzuheben, zu harmonisieren, zu verbessern. Und was geschah? Das Peer Project hat den Effekt mit 99,9%iger Sicherheit nachgewiesen. Also es ist möglich, das Bewusstsein zu verbessern. Man sieht das richtig in der Kurve, genau zu dem Zeitpunkt, wo der Time-Waver die Informationen ins Informationsfeld der Erde eingespielt hat. Kurze Zeit später ging die Kurve ganz rasant nach oben. Und das kann man wunderbar verfolgen und dann auch ein, zwei Tage später wieder dann langsam zurück. Wäre das nicht möglich, das permanent zu tun? Weil was ist denn dagegen zu sagen? Warum gehen ein bisschen höheres Bewusstsein der Menschen? Das wäre ja angebracht, weil zu der Zeit würden sie vielleicht Kriegsspielen aufhören. Ja, aber die Menschen müssen natürlich auch mitspielen. Es muss immer bewusster werden. Der Time-Waver kann natürlich auf der unbewussten Ebene helfen, auf dieser Seite. Aber es ist natürlich unsere Aufgabe, auch in solchen Gesprächen beispielsweise oder auch in medizinischen Gesprächen, auf die psychologischen Hintergründe, auf die Ursachen oder auf irgendwelche Disharmonien aufmerksam zu machen, sodass sich der Klient bewusst mit dem Thema beschäftigt. Und das tut ja die ganze Menschheit derzeit leider immer noch nicht. Noch zu wenig vor allen Dingen. Wenn ich jetzt da rum schaue, jetzt habe ich gerade hier auf die Zeitung geschaut, Medical Tribune, ziemlich aktuelle Ausgabe. Jetzt haben wir da auf der Titelseite Tatort Prostata. Das ist ja auch so etwas, wenn ein Mann mit dieser Diagnose Prostata konfrontiert wird, dann sieht er seine Lebensfreude, sein Sexualleben, wenn es schlecht läuft und noch einige andere Dinge dahin schwinden. Bleiben wir mal gerade bei dem Beispiel. Das ist so etwas, was viele Männer betrifft, weiß ich, durch die vielen Mediziner, die natürlich bei mir auch in der Sendung sind und Therapeuten. Wenn jetzt ein Mann von dieser Diagnose betroffen ist, da sagt ja die Schulmedizin, erst einmal grundsätzlich operieren. Rausschneiden, operieren. Erst einmal reinstechen, dann operieren. Oder so, genau. Wenn ich jetzt zur gleichen Zeit, wo der Mediziner bei mir feststellt, dass ich eine vergrößerte oder eine was auch immer wie geartete Prostata habe, zu einem Hauskommer oder zu einem Anwender komme, der über das Time-Wafer-System funktioniert. Wie, in welcher Art kann mir das helfen? Wir gehen natürlich wieder auf die Ursachenebene und wir wissen, dass es eine Stressprostatitis gibt. Eine Entzündung der Prostata zunächst mal ohne Erreger, nur durch Distress. Das ist gar nicht so selten heutzutage. Der Stress ist ja ein Hauptproblem unserer Zeit geworden. Und dann wissen wir, dass anschließend sich Bakterien hineinbegeben und es zu einer bakteriellen Prostatitis wird. Chlamydien sind die Erreger üblicherweise. Und was passiert? Der PSA-Wert, an dem ja die Schulmedizin quasi aufgehängt ist, was die Prostata angeht, der steigt bei der Prostatitis von 3 auf 6 auf 10. Der Schulmediziner sagt, das ist Krebs, wir müssen operieren. Wir aber finden mitnichten, es ist eine Prostatitis, wir finden die Chlamydien, wir finden die Entzündungszeichen und damit können wir völlig anders behandeln und der Patient bekommt keine Überdiagnostik oder einen übersehenden weiteren Befund. Der Prostatakrebs in vielen Fällen ist keiner, sondern er ist eine Prostataentzündung. Und das stellen wir dann fest und können dann natürlich behandeln. Im Extremfall sogar mit Antibiotika die Chlamydien töten. Abgesehen davon, dass wir natürlich mit dem Time-Waver-Frequency auch direkt auf die Prostata Einfluss nehmen können. Da wäre jetzt nochmal die Frage, so an alle drei, Time-Waver-Frequency, das ist das System, was die Frequenzen aussendet. Habe ich das so richtig verstanden? An der Time-Waver-Meet ist das System, das die Frequenzen ins Informationsfeld aussendet. Und was macht der Frequency? Der Frequency arbeitet mit Strom, nicht mehr mit Feldern, Wellen und Quanten, sondern mit elektrischem Strom. Der wird dann frequenziert, es sind dann meinetwegen 7 Volt, 1000 Mikroampere, 15,2 Kilohertz. Und diese Stromstöße gehen über die Haut im Körper dahin, wo eine Resonanz besteht. Und über die Resonanz erfolgt die konkrete Behandlung. Aha, das heißt, Frequency vorher und erst nach Frequency kann mit Med gearbeitet werden. Andersrum. Der Time-Waver-Meet zuerst. Also man kann sowohl als auch, beides ergänzt sich sehr gut. Und prinzipiell ist es auch wirklich gleich, mit welchem man anfängt. Aber ich bin nicht verstanden, mit dem Frequency muss ich ja da sein. Ja genau, also der Time-Waver an sich, der Time-Waver-Meet, der über das Informationsfeld arbeitet, arbeitet berührungslos. Und der Time-Waver-Frequency über die Handelektroden oder Klebe-Elektroden, die man direkt am Körper anbringt. Der Frequency also appliziert Frequenzen direkt auf den Körper. Und wir haben dann auch noch zusätzlich mittlerweile ja auch den Time-Waver-Home, mit dem letztendlich der Klient sich zu Hause weiter behandeln kann, in Absprache im Idealfall natürlich mit dem Therapeuten. Und der Time-Waver-Home appliziert, kann dann so eingestellt werden für den individuellen Fall, dass er sich dann auch immer nur genau die Frequenzen in dem Moment holt, beziehungsweise dem Körper appliziert, die der Körper jetzt gerade in dem Moment auch wirklich braucht. Check das Gerät selbst, was ich brauche? Ja, richtig. Ach, das ist ja irre. Genau. Was ich, wie jetzt einer Meditation macht, soll nicht heißen, dass ich auf Meditation verzichten soll, will ich nie drauf verzichten. Sondern, genau, davon brauche ich auch. Sondern, Sie sollten natürlich hingehen und ergänzen. Stellen Sie sich vor, wir wissen noch nicht alles, also jede Information, die wir dazubekommen, ergänzt unsere Wissen und natürlich auch die Möglichkeit, aus dem vorhandenen Wissen dann für uns Ergebnisse zu realisieren. Jetzt wiederhole ich das nochmal, dass auch ich es verstanden habe. Frequency ist das Gerät, wo ich zu Ihnen komme, dann das in die Hand nehme oder so, dann wird alles, alles, alles durchgemessen. Dann stellt man XY fest und jetzt kann ich sagen, ich lebe aber in Waikiki. Es wäre sowieso schöner, in Waikiki zu leben, da scheint mir die Sonne. Und dort kann dann von, ich sage mal hier, von Bichwil aus, die Frequenz, die für mich gut ist oder mein Wohlbefinden steigert oder was auch immer, die kann dann bis Waikiki geschickt werden, dort empfange ich sie und es geht mir gut. Habe ich das so richtig verstanden? Prinzipiell ja. Ich würde noch nicht mal sagen, es sind nicht nur Frequenzen, die also ins Informationsfeld appliziert werden können, sondern es sind ja auch Schwingungsmuster. Es sind einfach Informationen, die einfach, die ganz individuell analysiert werden für den Klienten und genau diese werden ins Informationsfeld gegeben, um den Menschen dort an Ort und Stelle, wo er sich gerade befindet, im Wohnzimmer, in seinem Bett oder im Urlaub, erreichen diese Informationen Ihnen da und balancieren da das Informationsfeld. Dieter, dieses Home-Gerät, von dem wir gerade gehört haben, was auch die Alexandra kurz vorgestellt hat, welcher Zielgruppe würdest du das empfehlen? Wo macht es Sinn, nicht dieses Fernbehandlungsthema zu machen, sondern über das Gerät direkt zu Hause zu arbeiten? Ja, der Time-Ever Home ist ein typisches Gerät für den Endverbraucher, also für den Klienten, für den Kunden, der beispielsweise zu Manfred kommt und Manfred empfiehlt eben eine bestimmte Strategie über Frequenzen zu applizieren und spielt ihm dann auf dem Time-Ever Home die entsprechenden Programme drauf, die der Kliente, der Kunde dann braucht, um sie zu Hause auf der Couch vor dem Fernsehschirm sich diese Frequenzen zu applizieren. Ganz einfach. Home heißt dann effektivere, breitere Anwendung? Ja. Kann ich das Home-Gerät auch für meine ganze Familie benutzen? Selbstverständlich. Was in der in der normalen Time-Weaver-Geschichte ja so nicht geht, sonst müsste ja jeder Einzelne kommen und jeder Einzelne muss dann von einem Gerät bedient werden. Wir haben ganze Familien bei uns im Time-Weaver-MED gespeichert und können immer, wenn einer anruft und sagt, ich will mal wieder eine Fernbehandlung über vier Wochen, tun wir es einfach. Das ist auch relativ preiswert. Aber das ist, wie gesagt, die sanfte Methode über Wellen, Felder, Schwingungen, über Quanten. Dagegen, der Time-Weaver-Home ist ein Abkömmling des Frequencies, er läuft über Elektroden und über Ströme. Und damit kann ich, wenn ich ihn regelmäßig anwende oder die ganze Familie ihn regelmäßig anwendet, meine Gesundheit mit Sicherheit und in jedem bisherigen Fall aufwärts entwickeln bis hin zur Gesundheit. Also heißt es Time-Weaver in jedes, in jedem Haushalt. Der Home gehört für mein Gefühl in jeden Haushalt, ja. Ist ja fantastisch. Wenn ich das so zusammenfasse, dann ergeben sich da für uns ganz neue Felder und zwar irre, große Felder. Bisher sind wir in unserem Denken sehr in der Materie verhaftet. Natürlich, weil wir über die letzten 50, 60, 100 Jahre und noch länger nichts anderes erfahren habe. Heute aber gehen viele Dinge weiter. Wir hören schon in ganz schrecklichen Szenarien von Mikrowellenwaffen, die man gegen Demonstranten richten will, dass wenn es denen dann recht warm unter der Haut wird, dass die dann womöglich den Platz verlassen. Jetzt hören wir aber auch, dass es Frequenzen, Schwingungen gibt, die man übertragen kann, die uns nicht wehtun. Nein, im Gegenteil, die uns helfen. Und wir haben von einem System erfahren, was heute sich jede Familie anschaffen kann, um alle die Dinge, die es jeden Tag gibt. Und wenn Sie sich vorstellen, drei Kinder, die Eltern, vielleicht leben noch die Großeltern dabei, wenn die alle dann zum Arzten müssen und alle irgendeine Behandlung machen, dann dauert das natürlich ewig. Und es ist sehr aufwendig, wenn man mit Schwingungen und Frequenzen, und wenn wir da mal hingehen, uns davon zu lösen, dass wir alles anfassen, sehen und riechen müssen, was existent ist und der Rest nicht, sondern genau uns dahin schauen. Frequenz und Schwingungen ist die Basis allen unseres Seins. Und wenn wir uns damit anfangen zu beschäftigen, dann haben wir natürlich die Chance, über ganz andere Ebenen unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, unser neues CI, wie wir es gerade gehört haben, oder andere Dinge für uns zu regulieren und für uns so zu nutzen, wie es für eine bewusste, zukünftige und eine Gesellschaft, die ins goldene Zeitalter gehen will, doch angebracht wäre. Ich möchte noch mal zum Abschluss mich jetzt so hinstellen, dass ich sagen kann, erstens, wenn unsere Zuschauer über das Time Wafersystem etwas erfahren möchten, wenn das, was jetzt hier die Stunde gehört hat, noch nicht ausgereicht hat, hat es mir auch nicht, ich muss mich auch noch ein bisschen erkundigen, wo können Sie hingehen, um darüber zu erfahren, was das für Sie alles möglich macht oder ob Sie ein Homegerät erwerfen oder was anderes. Hier im Gesundheitszentrum in Bichwil veranstalten wir Informationsabende, Informationstage. Im Übrigen kann jeder hierher kommen und das Prospektmaterial bekommen und er bekommt alles erklärt und auch die Preise bekommt er genannt. Und der Dieter Weiner und die Alexandra sind ja auch einmal im Monat hier an so einem Tag. In diesem Raum durchaus, wo wir jetzt auch sitzen, und da hört man einen Vortrag vom Entwickler des Systems, Markus Schmieke und von mir und vielleicht vom Dieter Weiner auch und so weiter. Also, das heißt, hier in Bichwil haben Sie zumindest einmal dieses Anlaufzentrum, wo Sie sich umfassend über die Möglichkeiten mit dem TimeWolf Wafer informieren können. Wann seid ihr immer da? Wie Manfred schon sagt, einmal im Monat. Ist abzustimmen? Ist abzustimmen, wir veröffentlichen die Termine aber auch auf unserer Homepage www.timewaver-vertrieb.eu Da kann man die Termine auch immer finden und sich dann auch über die Homepage anmelden oder man ruft hier an, man bekommt sicherlich auch hier die Auskunft telefonisch, wann ist der nächste Abend und kann sich anmelden. Gibt es da auch so Seminare und Informationsabende? Wir haben ja auch viele Zuschauer, die aus Deutschland und Österreich zugucken. Wie ist es denn da? Für die Schweizer ist es ja jetzt einfach, die fahren einfach nach Bichwil. Wie sieht es in Deutschland und Österreich aus? Ja, wir machen in München beispielsweise auch die gleichen Veranstaltungen, wie sie hier in Bichwil laufen und an verschiedenen anderen Orten, aber das kann man sich auf unserer Homepage dann jeweils anschauen. Also auch die Homepage wird eingeblendet unten am Bildrand unter den Namen sehen Sie das jeweils und natürlich die Möglichkeiten in Bichwil. Über die eingeblendete Homepage von der Alexandra und dem Dieter sehen Sie natürlich, dass Sie das für Österreich und die Schweiz genauso nutzen können und auch für Deutschland machen Sie sich vor allen Dingen rechtzeitig Termine, denn die Herrschaften haben natürlich nicht nichts zu tun. Mit einer so neuen Technologie gibt es natürlich viele, viele die Informationen haben wollen. Und jetzt nochmal zur Gretchenfrage, wie viele Leute gibt es denn schon, die durch den Timewaver von ihren Wehwehchen, von ihren Symptomen befreit wurden? Was würdest du so über den Daumen sagen, Dieter? Also sehr schwierig. Ich neige nicht dazu, da irgendwelche Schätzungen abzugeben, von denen du Kenntnis hast. Zumal ich auch kein Mediziner bin, was das betrifft. Da wäre Manfred vielleicht der bessere Ansprechpartner, was das betrifft. Wir hören, sehr, 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 sehr viele Dinge. Und es ist manchmal nicht immer einfach, darüber berichten zu können, so öffentlich, was das betrifft. Zumal man, wenn man nicht Arzt ist beispielsweise oder Heilpraktiker. Und deswegen möchte mich da nicht nicht darauf einlassen, da irgendeine Schätzung abzugeben, was das betrifft. Meine Frage ging nicht um Schätzung, sondern von wie vielen Fällen du Kenntnis hast. Hunderte. Das war schon mal in den letzten Jahren. Es geht ja immer darum, wenn ich etwas tue, manchmal kann ich einfach mein Symptom verstecken. Das kennen wir auch durch frühe Behandlungsmethoden. Dann wird das weggedrückt. Viele Menschen denken, Antibiotika heilt. Antibiotika kann gar nicht heilen, sondern es tut einfach den Virus oder das, was es da galt, verstecken im Körper und sorgt dafür, dass es nicht mehr aktiv wird. Aber heilen ist was ganz anderes. Von vielen Dingen erfahren wir auch gar nichts, weil wir natürlich so viele Therapeuten auch draußen haben, die nicht wegen jeder Geschichte uns da informieren. Manchmal erfährt man in der Tat wirklich nur die schwerwiegenden Dinge, die auch Manfred ja gerade erzählt hat, beispielsweise von dem Frühchen, Ja, von dem Frühchen beispielsweise. Die einfachen Dinge erfahren wir schon gar nicht mehr, weil es im Kreise unserer Anwender was völlig Normales geworden ist. Was ich auch noch rückfragen, wir hatten das Beispiel von den Kühen. Wie ist es denn mit Haustieren? Weil man oft heute, ich kriege da mit, dass Leute ihre Katzen operieren lassen gehen und was da alles gemacht wird. Kann ich Ihnen ein persönliches Beispiel erzählen? Meine Tochter hat zwei Katzen, eine davon hatte kürzlich eine Lungenentzündung oder hat eine chronische Lungenentzündung, was das betrifft und der Arzt versucht seit Monaten schon das mit Antibiotika wegzukriegen und es hat so nicht so funktioniert, wie er das gerne hätte und irgendwann mal sagte meine Tochter dann, du hast doch da den Time-Waver, können wir da nicht mal schauen, ob wir da irgendwas machen können und wir haben dann ein entsprechendes Programm dafür entwickelt, haben es eingespielt und seitdem braucht sie keine Antibiotika mehr. Und die Lungenentzündung ist weggegangen? Ist alles faszinierend. Deine Erfahrungen seit du das machst mit dem Time-Waver, was für Fälle sind dir so im Kopf, wo geholfen werden kann, muss nicht unbedingt medizinischer Natur sein, können auch irgendwelche anderen Beispiele sein, dass die Zuschauer einfach mal so mitkriegen, in welchem Bereich man da Hilfe erwarten kann. Es sind wirklich ganz, ganz viele Fälle, viele, oder erleben wir dann, wenn wir zu einer Präsentation irgendwo sind, wenn uns jemand einen Beispielfall mitgibt, den wir dann auch, um jetzt denjenigen, die da sind vor Ort, die Präsentation zu unterstützen, einfach mit sogenannten Beweisen, was natürlich schlecht ist. Wir wollen natürlich nichts beweisen, aber das System spricht für sich. Das ist das, was die Schulmedizin uns alle eingepflanzt hat. Jeder wehrt sich davor, eine Aussage zu machen, sage ich immer, nein tun wir eben nicht. Wir sind hier in der Schweiz und wir sind hier ein Fernsehsender. Meine Sendung, das wissen die Leute, geht es darum, die Wahrheit zu sagen und die Wahrheit ist, wenn ein System wirkt, dann wirkt es fertig und dann ist mir egal, wer was sagt. Denn die Menschen müssen draußen mal wieder das weitergegeben kriegen, was Menschen erlebt haben und nicht, was irgendein Guru vom Berg runter sinkt. Das ist wieder ein anderes Thema. Deswegen so, eine Frage. Also, ich hatte eine Hündin, leider mussten wir sie jetzt doch noch einschläfern lassen, aber die hatte letztes Jahr einen Schlaganfall und die haben wir natürlich auch mit Timewaver unterstützt, unter anderem, damit sie wieder auf die Beine kommt und der Genesungsverlauf, der war sehr, sehr positiv oder ging sehr schnell für viele, die das Ganze beobachtet haben und gleichermaßen. haben wir auch noch einen ganz banalen Fall. Meine Freundin und Kollegin, die hat auf ihrem Balkon die Balkonpflanzen bevölkert mit Blattläusen, hat es sie festgestellt und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es mal mit Timewaver und wir haben das eingegeben mit Timewaver und haben dieses Thema, also die Blattläuse in Anführungszeichen balanciert oder die Pflanzen mehr oder weniger balanciert, damit sie sich zur Wehr setzen können gegen die, gegen den Lausbefall und am nächsten Tag, sie hat mir Fotos gebracht, lagen die Blattläuse tatsächlich auf dem Tisch, also wo auch immer die Pflanzen standen, die lagen am Boden, die Pflanzen waren frei davon. Also es ist natürlich nicht unser Ziel, dass Parasiten wie Blattläuse in dem Fall, also die wir als Parasiten vielleicht bezeichnen würden, dass die zu Tode kommen. Das war jetzt nicht das ausgesprochene Ziel. Unser Ziel war einfach, die Pflanzen zu stärken, damit sie sich gegen diesen Befall stärken können und sich selbst davon lösen können. Naja, ich finde es schon gut, wenn die Blattläuse dann platt am Boden liegen, weil sie gehören nicht an die Pflanzen. Oder wie siehst du das, Manfred? Ja, in dem Fall hört die Selbstlosigkeit auf, finde ich. Aber ich weiß natürlich genau, was uns die Alexandra damit sagen will. Es ist weder die Zielsetzung eines Time-Werfers, irgendwas anderes zu vernichten, noch sonst irgendwie Schaden zuzufügen. Das ist ein Frequenzsystem, was allen Bereichen nur nützen kann. Wir haben jetzt so viel gehört von den Anwendungsmöglichkeiten. Mir bleibt im Prinzip nur noch Ihnen zu empfehlen, wenn Sie mehr wissen wollen und vor allen Dingen, wenn Sie der Meinung sind, dass ein System Ihnen helfen kann, was bis in die kleinste Zelle und das kleinste, mikroskopisch kleine Teil unseres Körpers vordringen kann. Sollten Sie es einfach mal versuchen. Wie ist mein Motto? Schneiden können wir immer noch. Also gehen wir dahin. Mir bleibt nur noch zu sagen, Dieter, Alexandra, Manfred, ganz herzlichen Dank, dass ich wieder meinen Zuschauern ein bisschen mehr Informationen zum Thema Time-Werfers vermitteln konnte. Ich denke, einige meiner Zuschauer werden Sie noch persönlich kennenlernen, denn das ist natürlich wieder eine Geschichte, die vielen Menschen Hoffnung gibt und weitere Lösungsmöglichkeiten für Ihre Probleme. Herzlichen Dank in die Runde. Ihnen, liebe Zuschauer, einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht. Timetodo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri. Die Tonight-Haus самый Montag. Die Tonight-Haus sind Ihnen VI. Sie ist eine çok Die Nacht die Nacht